Hallo, mein Name ist Shaban Ünlü und ich freue mich sehr, gemeinsam mit Ralf Steier euch die Applikationsentwicklung mit PhoneGap und AngularJS in diesem Videotraining näher zu bringen. Ich selbst bin Softwareentwickler für Rich Interactive Applications und verwende dabei primär Webtechnologien. Im Rahmen meiner langjährigen Erfahrung war ich sehr lange als Dozent, Referent und Berater unterwegs und seit 2011 bin ich geschäftsführender Gesellschafter der Network GmbH und CoKG. Ich werde euch das von Google entwickelte AngularJS Framework näher bringen, welches euch ermöglicht, auf sehr strukturierte, objektorientierte Weise komplexe Anwendungen zu realisieren. Mit den neuesten Erweiterungen von AngularJS prädestiniert sich das Framework noch mehr dazu, als Basiswebtechnologie für PhoneGap-Projekte benutzt zu werden, weil die neueste Version den Touch-Support sowie erweiterte Animationsmöglichkeiten implementiert hat. Was ich für euch gemacht habe, ist, dass ich die Grundlagen von AngularJS anhand eines praxisnahen Beispiels, nämlich anhand einer Adressbuchliste und mithilfe einer mobilen Anwendung erläutere. Dabei werden euch Techniken wie bidirektionale Bindungen, vorlagenbasierte Darstellungen und asynchrone Kommunikation begegnen. Abgerundet wird mein Teil durch immer wieder nützliche Funktionen wie zum Beispiel die Reiternavigation und der Darstellung von dynamischen Daten. Die Brücke zu PhoneGap schlagen wir, indem wir eine Service-Schnittstelle zwischen AngularJS und den Cordova-Plugin realisieren. Dieses Training ist für alle geeignet, die daran interessiert sind, Cross-Plattform-Applikationsentwicklung auf Basis von Web-Technologien wie HTML5, CSS und JavaScript zu entwickeln. Und dabei wünsche ich euch von meiner Seite erst einmal sehr viel Spaß. Mein Name ist Ralf Steyer und ich zeige Ihnen mit meinem Trainingspartner Javan die Erstellung von Apps mit AngularJS und PhoneGap. Dabei wird mein Part PhoneGap sein. Das ist ein Framework, um mit reinen Web-Technologien Apps zu erzeugen, die dann mittels geeigneter Wrapper auf den unterschiedlichsten mobilen Plattformen als Apps installiert werden können. Die Besonderheit von Apps auf Basis von PhoneGap ist, dass man zwar plattformneutral mit Web-Technologie programmiert, aber im Gegensatz zu mobilen Webseiten vollständig auf die Plattform bzw. Hardware zugreifen kann. Sie können also beispielsweise auf die Kamera, das Adressbuch oder GPS-Sensoren zugreifen. Ich führe Sie über einen ersten Kontakt mit der Webseite des PhoneGap-Projekts durch die Installation von PhoneGap und die Erstellung erster PhoneGap-Apps. Dazu verwenden wir NodeJS als Basis, was auch bei AngularJS wieder zum Einsatz kommt. Und da die Programmierbasis von PhoneGap JavaScript ist, bietet sich eine Verbindung mit AngularJS an vielen Stellen an, wenn man ein MVC-Konzept verwenden möchte. Und dieses AngularJS, was bei dem Training auch der Schwerpunkt ist, stellt Ihnen Japan vor. Ich zeige Ihnen aber vorher noch, wie Sie grundsätzlich eine PhoneGap-App aufbauen und was Sie beim Coden einer PhoneGap-App beachten müssen. Dazu sehen Sie anhand einiger Beispiele, wie Sie mit PhoneGap auf die Hardware eines mobilen Geräts zugreifen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.